Ich habe eine große Andi Strauß jetzt hier bei den Nationalen Luxemburger Bügelmeisterschaften. Ich bin ganz positiv, weil das Wort gerichtet ist bei mir immer aufgeregt und bei der Rutschstadt von der Rutschburg. Aufgeregt der Schloss, aber es ist eine Routine, eine Reihe Routine. Für mich, wenn ich ein Interview mit Michael erzähle, werden wir uns in den Film. Wir, aus meinem Klientel-Tagentur-Tagentur, werden Michael in den Interview kommen. Die nächste Mann, den werden wir uns in den Interview kommen. Also in den Interview wird Michael Künste schon holen. Und du bist Andy. Okay, du kommst an die Bank für Andy. Oh, heute spreche ich mich natürlich. Ja, das ist schön, ja. Du, aus dem Motivator jetzt. Ich denke, dass er wird wieder alles. Die nächsten lassen sich nicht abstrecken. Ja, Ani Strauß macht sich Partei. Das geht los. Oh mein Gott. Nationaler Bügelmeister. Ja, ja, wie sieht's? Oh mein Gott. 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 Wir haben einen aus dem Norden schon gesagt, dass wir das nicht sehen können. Sehr gut, bravo. Nein, nein, nein. Er justiert die letzte Veränderung. Zwei sind wir. Er muss doch mal ran. Das ist wieder schwierig. Ja, das wird knapp. Ja, das, äh, fängst du dir. Hau! So, bravo, er hat's geschafft, er ist wieder mal... So, wenn der Applaus für Randy dann steht, wir wollen die Leute mit Abdrücke erholen, und zwar, eben bei Brian, wir wollen an der Sonne. Also, Applaus, wenn ich Ihnen danke für Randy, die Leute hier heute wieder in der Nass, dem Zeitpunkt, wir wollen die Leute aufgeschrieben, wir wollen ganz kurz, also, nimm das noch dabei auf dem TV, steck T-Shirt, können wir mal.